Ich würde ja gerne sagen, dass das Leben andere Optionen für dich bereithält. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Die Maske macht mir keiner! Äh, die Maske soll doch keiner was machen. Ich hatte wirklich Angst, dass mich jemand mit euch sieht. Ladenbesitzer lobt einen Spider-Man, der nicht nur... Ach, nice! Das behalte ich dann wohl mal! Ach, guck mal, mit dem Anzug können wir, glaube ich, noch auf Stufe 3. Bis jetzt zumindest. Okay. Mein Leben ist so schräg! Daran könnte ich mich gewöhnen! Mein Uwe ist verbrechend zu sein, oder was? Da müssen wir schnell hin! Sogar in New York gibt es manchmal nichts zum Schwingen! Na, glaube ich dir nicht ganz. Und da sind wir auch schon am Ostkopf-Tower. Ein Notruf ist eingegangen. Standort folgt. Du bist echt schnell! Hab ich nicht bereits mit dir gekämpft? Kann es sein, dass du gar keine Originelle... Na du, hey Na du! Boah! Ich geh mir deine Waffe hin! Ich hab schon... Ich hatte wirklich Angst, dass mich jemand mit euch sieht! Die Freude der Anwohner beweist wieder einmal, warum sie ihn... Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft nennen. Jo! Irgendwie geht der nicht höher. Aber der ist ja eh auf dem Kling von daher. Ich frage mich, was wohl passiert wäre, wenn ich von einem Igel gebissen worden wäre. Von einem Radioktiven, oder ja, ne? Dingle! Und... Komikseite will ich noch mal ein... Vermuteter Einbruch. Standort folgt. Standort folgt. Sorry, ist dir das Mensch einfach im Weg? Wow, was für ein Gebiss. Schade, dass ich's kaputt machen muss. Unmöglich. Ich denke, ich hab mich klar ausgedrückt. Was sind doch alles noch Fakes? Ich muss uns erreichen, was... Ihr bist zu... Du bist Bande. Viel einfacherer. Ich wäre fast gestorben. Vor Langeweile. Wie sich herausstellte, waren viele der... Jo! Heldetage, komm mit! Nein! Ja, okay, nice. Komm zu, Papa! Sehr nett! So, dann können wir ja jetzt auch mal... ...die Mission weiter machen... Noch mehr so Tage wie dieser, dann werde ich die unfreundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Aber heute ist natürlich nur ein Melus. Moment, da war was. Ach, ich wollte nur noch eine Lampe... ...ne Lampe... ...wann auch wieder. Da sind wir auch schon. Das könnte ja... Ich dachte, du traust mir. Sehr lustig. Hey, was ist da? Halt! Na... Komm schon! Oh Mann! Eine Geißel. Nicht gut. Los, gehen wir! Ich lasse nicht zu, dass du jemanden umbringst. Oh nein! Oh nein! Spider-Man, bitte! Hilf mir! Halt's Maul, sonst stopp ich's dir! Komm raus mit dir da! Ich weiß, Onkel Ben. Die Geißel geht vor. Okay, und jetzt... ...habe ich keine Ahnung. Oh! 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 Oh, was? Oh, was? Schnell raus, schnell raus! Nein, nein, retten wir den lieber. Alles gut. Nur aufgewühlt. Holt ihr den Irren! Keine Geiseln mehr, Caridine. Nur noch wir beide. Ich verspreche es, Onkel Ben. Diesmal kommt er nicht davon. Wo ist er? Da ist er. Hat er einen Unfall gebaut, der... Irre, der. Er kann nicht weit gekommen sein. Sikai. Loll. Mein Gott! Notberufzentrale, sie kann ich helfen. Ich muss eine Leiche melden. Krass. Öff, nur die Kamera. Wer weiß es mal, das? Okay. Mach mal von dem auch nochmal. Der sieht so wunderbar aus. Ausgezeichnet. Wenn ich entdeckt werde, wird es hässlich. Ich muss schneller werden. Schneller muss er werden. Und eine Outlook-Zeit. Tante May wird es früher oder später erfahren. Ich will nicht, dass sie alleine ist, wenn es dazu kommt. So, Tante May ist da. Jetzt sind hier wieder Verbrechen. Wir müssen die ja machen. So was geht, ne? Moment. Ich verstehe schon, Doc. Ich weiß, wie das läuft. Ich erzähle ihnen, dass mich meine Eltern geschlagen oder auf den Kopf geworfen haben. Schreckliche Kindheit. Buh! Klar, sowas gab es auch. Mein Vater hat mich bewusstlos geschlagen. Meine Mutter hat gesoffen. Aber das machen viele durch und enden trotzdem nicht wie ich. Ich sag ihnen, wie es wirklich war. Als Kind habe ich die Wahrheit gesehen. Das Leben bedeutet gar nichts. Nur der Tod zählt. Okay, der ist ja gut. Ich habe ja über ein Cape nachgedacht, aber das wäre albern. Ja, als Spider-Man-Kopf-Cape muss ich sein. Na, komm. Toll! So, was ist hier für Verbrechen wieder? Es wurde ein versuchter Einbruch gemeldet. Da ist er! Sieh! Na, das nenne ich hinterhältig. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Es kamen keine Tiere zu schaden. Böse Wichte hingegen. Keine Furcht, sie kämpfen in die echten Männer. Gibt es immer noch. Fühlt sich immer gut an, den Müll rauszubringen. Gefühlt sich immer wieder in die echten Gruppen. Und sie ist immer noch. Aber was, was? Wir haben nur gesagt, dass es nicht mehr so ist. Aber was ist das, was die還有 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 3m, 5, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 3, 4, 5, 1, 4, 3, 4, 5, 4, 4, 1, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 3, 3, 4, 5, 4, 8, 4. Und jetzt ist da noch irgendwas wieder. Oh krass. Äh, da hinten. Ja. Okay, wie soll. Es verschwindet ja da noch drück. So, Vollspeed hier. Verfügbare Einheiten bitte auf Unruhestiftung reagieren. Verdächtige könnten bewaffnet bleiben. Nein! Ich bin auf Kration dran! Kommt, das ist schneller hier. Da könnte ich glatt Geld mitverdienen. Mach du mal da stehen. Ich hatte wirklich Angst, dass mich jemand mit euch sieht. Die Anwohner dankten Spider-Man für seine Arbeit in ihrem Bezirk und nannten ihn, ich zitiere... Ja, okay. Das ist schon öfters zitiert. Hell, die Stufe... Drei, immer noch. Wow. Was? Wie soll man da so schnell hinkommen? Ich war schon länger nicht mehr bei Tante May. Ich sollte mal bei ihr vorbeischwingen. Ja, aber wir müssen erst noch das Verbrechen wieder becanceln. Nein! Ich bin auf Kration. Das war auch ein bisschen. Ich bin auf Kration. Ich bin auf Kration. Ich bin auf Kration. Nein! So, jetzt haben wir auch Upgrades, ja? Wir müssen sowieso dahin oder so. Erstmal Upgrades. Erstmal Upgrades. 1200! Können wir da irgendwie schleudern? Können wir auch noch nicht. Können gar nichts. Vollspeed erstmal hier. Was ist schlimmer? Ein Bauarbeiter Dekolleté oder sich den Anzug aus der Po-Ritze ziehen zu müssen? Ja, jetzt hat man schon mal nicht. An was auch immer sie arbeitet. Es würde mir sicher weiterhelfen. Das war verbesserungswürdig. Ja, da erkennt man nichts. Nichts recht. Da erkennt man viel mehr. Na bitte. Ich spioniere guten Polizisten ja ungerne nach, aber es muss sein. Ja, da erkennt man viel mehr. So. Die nächste wieder nach rechts. Was? Ich war gerade erst hier. Kann nicht wahr sein. Geh mal nach. Schnell, schnell. So. Ich gehe besser nach Hause.